Facebook Spiele Die Ihr Spielt Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer zu der ersten Runde von Facebook Spiele Ja Wie ihr hier so schon sehen könnt Angesagte Spiele Ich mache mal auf mehr Anzeigen Was spielen wir denn heute schick ist Lara Craft Und ich werde das denn auch so machen Weil Man soll ja die Facebook Fans und so nicht sehen Das mache ich denn auf Fullscreen Da Da Facebook Spiele Ja nicht Fullscreen Ja gut manche sind Fullscreen machbar Aber Manche Ja So Die hängen ja so in den Fenstern drin Oder über Facebook Und so Da oben Ist ja eigentlich Meine Freundesliste Die werde ich dann schwärzen Und ja Was ja angesagt Also was ja angesagt Also habe ich gesagt Die Spiele Meinen Es ist Wie schon gesagt Und Ja Machen wir das doch gleich mal Aber ich muss jetzt mal Together as Sun Nein will ich nicht Danke dass ich schmerzen muss Facebook Schön Äh Ich Keine Ahnung was ich da machen muss Ich Mache mir erstmal ein Bierchen auf Ne so Und ich muss das mit Facecam Machen weil ich das sonst mit dem Sound Und mit der Audiospur nicht mal Kann Sonst müsste ich das so machen wie Hier bei dem Bei der DXWall Challenge Dass ich das über Laufsprecher mache Und das finde ich einfach nicht Ist blöd Prost So Erste Level Ich weiß nicht was das sein soll Was Was muss ich denn hier machen Alter Ey toll Das ist alles in Englisch Ne Alter Ey To destruct sun Click on Combination of the similar games Was Ach Und man muss anklicken Achso Ey das ist ja easy Yeah Dim 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 Schere Ich schere dir auch gleich ein Ich schere dir gleich den Kopf Oh mein Gott So Level 2 Play Destruct the sand In order to let water pass Das erinnert mich an ein anderes Spiel Was ich auch mal auf Facebook gespielt habe Ähm Was aber Ja alter Ich hab's Ich hab's begriffen Mann Ich hab's begriffen Mädel Dein Gesicht Ich hab's begriffen Ich hab's umgekehrt Und ich muss das alles nachher drüben und dreifach rendern und dies und das und jenes und... Oh, Alter. Und ich... Das ist auch so ein schönes Format, ne? Ich muss die Ränder noch mal... Alter. Ich... Was? Super, ja. Dein Gesicht ist super. Nein. Ich will es nicht teilen. Meine Fresse. Ja, super. Ach, wenn ich auf super gehe, ne? Muss ich das teilen? Ich hab auch einen Arsch auf. Ja, das sind Facebook-Spieler halt, ne? Das ist... Ich kann boh, hier Facebook-Anfragen oder sonst irgendwas zu verschicken. Die hasse ich sowieso wie die Pesten. Warum... Warum friere ich jetzt? Ich hab so eine... Ich hab Frosthände gerade. Ich hab Fenster... Ich hab keine Fenster auf, nix. Ich hoffe, wir müssen die Haltung mal an. So. Bäm. 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 Kann man... Ah, ist halt Dings vergessen. Egal. Was? Soll ich eine halbe Stunde spielen? Alter. Ich mein, gut, so schlimm ist das Spiel nicht. Also, es kann man spielen. Definitiv. Aber es ist dennoch ein bisschen... Ja. Ne? Kann man, muss man aber nicht. Prost. Alter. Wollen die die Musik, ne? Die geht einem ja auch überhaupt nicht auf den Sack. Die geht einem ja gar nicht auf den Brenner, die Mucke, ne? Immer nur das Gleiche hier. Die geht mir so auf den Brenner. Bin ich mir grad mal bei 5 Minuten. Alter. Bei 30 Minuten würde mir das schon richtig der auf den Sack gehen. Also, ähm, was ich nochmal erwähnen wollte, äh, was ich nochmal erwähnen wollte, ist, äh, hier sieht man ja hier oben 5 Leben. Äh, wenn die weg sind, muss ich warten, dann muss ich die, äh, Aufnahme dann pausieren und dann weitermachen, wenn ich dann, ähm, ja, wenn ich wieder 5 Leben habe. Und, ja, ist für mich, jetzt, ist nur für mich umständlich, aber, ja, wollte ich ja machen. Wollen wir mal sehen, wie es ankommt, das Format, das neue. Nein, ich hab nichts vergessen. Wäre jetzt nicht Oberpro wären hier drin, also, ist mir das Latz. Alter, noch 3 Moves. Yeah, man. So. Ja, und den Balken da, also die 2 Balken, die blauen, die hab ich selber auch selber erstellt und designed gerade für das Spiel, auch gerade für Facebook-Spiele. hab ich mir noch ein bisschen was, ähm, einfallen lassen. Und, ja. Äh, Kontinu, Alter, ey, was ist das denn? Alter, ich friere, ey, warum friere ich so? Ist das Bier zu kalt? Weil ich trinke lieber kaltes Bier, weil das ist einfach so ekelhaft. Das ist ekel, ich find das, ja, das ist nicht ekelhaft, also, so, Zimmertemperatur, also Bier in Zimmertemperatur. Ich find das nur ekelhaft, wenn das so richtig warm ist. Das ist, boah. Wieso hat die mir schon wieder Tipps angezeigt? Äh, ich hab jedes nicht, äh, äh. Weißt du, so kommt mir das vor. Na gut, manche Leute, ne, da, äh, fragst du dich, ähm, da fragst du dich wirklich, wie die ihr Klo zum Scheißen finden, weil sie so, äh, weil sie so dämlich sind einfach, aber. Äh, ähm, na ja. Detle complete. Geht doch schnell, ne? Na gut, fast ne 8 Minuten, aber. Level, was, Level 6 schon? Alter. Da juckt mir glatt das Kinn. Nein, ich will nix senden, alles, alles. Das ist das Nervigste da dran, ne? Achso, am Ende, wenn wir am Ende angekommen sind, werde ich mein Fazit zu dem Spiel auch sagen. Und, ähm, ja. Und dass es nur einmal die Woche ist, Alter. Ich könnte das gar nicht aushalten. Das jeden Tag zu zocken. Wär ekelhaft. Ich hoffe, der Sound ist auch in Ordnung, weil ich hab das das erste Mal, dass ich das mache. Ich muss gucken, wie, äh, ja, wie ich das machen soll. Also, wie ich das so machen kann. Dass der eine Krüge... Soll ich jetzt Krüge sammeln, oder was? Mein Krüge. Ha, 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 ha. Mein Krüge, wegen Krüge, weiß ich. Die Musik, Alter, die geht mir so auf den Brenner. Alter. Aber die muss ich laufen lassen. Ist ein Kritikpunkt. Alter. Level complete. Dim, dim, dim. Ije. Alter, die Muke. Alter, ey. So stelle ich mir... So stelle ich mir Musik vor. Wo man wirklich, äh... Ja, ich... So Warteschleifenmusik von Telefonanschlüssen. So, wenn man jetzt zum Beispiel einen Anbieter anruft oder so. Diese Warteschleifenmusik einfach. Das ist solche Warteschleifenmusik. Alter. Das ist... Das... Das... Das ist Englisch, Mann. Wieso machen die das nicht im Deutsch? Das ist blöd. Hallo? Wow. Ups. Entschuldigung. Ich will auf Play, Alter. Alter, ich klopp hier auf... Ne? Guckt euch den Scheiß an hier. Warum? Ach, ich... Muss ich das jetzt auswählen? Ich wollte mir das... Naja, aufsparen. Die spürst du so nicht wieder, aber... Mh... Läuft bei euch! Alter. Let's break all the sand. Bam! Free Dynamite. Ach, das muss ich jetzt auch noch auswählen. Bin ich auch noch dazu gezwungen, oder was? Mh... 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 Richtig dicken Punch. Einfach mal in die Schnauze, ey. Am besten. Das ist mehr das Problem, weißt du? Man... Ja, man soll es leeren und so, aber... Stellt euch mal vor, man würde sowas aufsparen wollen. Für später. Nein, kann man nicht, weil man es gleich verprassen muss. Alter. Manche sagen, hier sind nur Facebook-Spiele, was ist ja am besten denn? Ja, das ist ja normal, aber alter. Das... Das... Das ärgert mich immer. Wenn man das aufsparen will, weißt du, da muss man alles verbraten hier. Ich finde das blöd. So ziemlich blöd. Alter, ey. Der 13 Minuten, ey. 13 Minuten, level complete, ja. Oh, weiter geht's. Level 8. Krüge. Mein Krüge sollen wir wieder... Nein, ich... Alter, das nervt. Help your friend. Sehr schick in der Anfrage. Boah. Das sehe ich schon kommen, nur weil ich solche Spiele spiele, kriege ich tausend Anfragen von Spielen, die ich mal angespielt habe. Also in den Facebook-Spielen. Und dann, äh, kriege ich tausend Anfragen von, von Freunden und so. Das sehe ich schon kommen. Aber das, glaube ich, dass ich das mal machen wollte, ne? Das habt ihr nicht gehört. So. Ah. Pff. Mann. Wie ist denn das? Ist ja widerlich. Wie ist denn das? Alter, ey. 10. 10 Züge. Damn. Ich müsste mal aus Örtchen. weil es gut, ich mache hier mal eine kleine Pause und ich gebe mir das Ohr, Hörtchen bis gleich so, da bin ich wieder und ja, weiter geht Level No Play so Flatsch das erinnert mich an einem anderen Facebook-Spiel ich meine, ich weiß, ich habe das schon gesagt, aber das ist echt so zack 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 ... 6 Züge nur noch ich komme das vom bisschen zu viel, ne weil ich wollte ja die Dinger mitkriegen Das ist noch nicht zu Ende Och Das krieg ich nie im Leben hin Fail Fail Bitte was Was Ich hab's Wie Nee, hab ich nicht Hä Was Ich hab das doch nicht Ich hab das doch nicht Was Ich bin jetzt echt Ich bin jetzt echt verwirrt Alter, was Was willst du denn Ach, wegen dem anderen Scheiß Ja, dann lass mich nur in Ruhe Mann Wieso hab ich das denn geschafft Ich hab da gefehlt Eigentlich Da standen null Moves Null Und Hä, ich war doch gar nicht Ich Nee, ich Ich frage gar nicht erst Das ist mir zu hoch Bäh Ist mir zu hoch, ganz ehrlich Und ja, ich trinke auch Dosenbier War günstiger Da ist ja noch nicht Monatsanfang, ne Da muss man ein bisschen Zumindest ich muss da ein bisschen sparen Ding, 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 ding Könnt man ein Lied machen Einfach Level complete Äh, äh, kontinuieren Was? Special Offer Take it Ey, sag mal, ist das dein Ernst Oder was? Hä? Mhm, 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 natürlich Dein Gesicht, ey Ich kaufe hier nichts Naja, diese Ne, diese Geldfallen Einfach Da Ich will nicht Keine Anfragen senden Meine Fresse Das nervt Das ist eins der Spiele Wo ich sage schon Alter Da muss man echt Blechen auch Wenn man Also, wisst ihr, wirklich Du kriegst einfach mal In die Fresse geklatscht Und, ähm Also, anfragenmäßig Was du da schicken sollst Alter Pff Das ist ja ekelhaft, Mann Entschuldigung Ich hab mir gewulbst Das werde ich hoffentlich Auch rausschneiden BEM 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 What is your, Chris? Wegexen haben wir ja gelernt, weil sonst... Hey, ich teile es mal. Ne? Wegen Teilen und so. Ich meine jetzt nicht euch. Ich meine das Spiel. Ähm... Play. Level 12. Level 12. Wusch. Warte, als wenn das nicht wissen würde, was man das machen muss, ne? Ey, die sind doch echt... Also manchmal, ne? Die müssen ja denken, dass die Leute ein IQ von minus 20 haben. Ach so, das... Wobei das ja gar nicht geht. Weil sonst wär ja zu dumm zum Atmen. Nächste Tag. Schon fertig? Ging ja schnell. Level 13, Mensch. Mal bald eine halbe Stunde durch, ja? Alter. Self-Rent? Den Booster? Nein! Das nervt! Es nervt einfach nur. So. Muss ich jetzt hier die... Dinger hier. Ja was. So. Die Frage ist, Ausrufe... Ach, soll ich jetzt die Ausrufe zeigen? Soll ich hier... grabben oder was? Alter, ein 7. Gieeeemm! Ja... Was passiert wohl, wenn ich jetzt auf Super gehe, ne? Mhm. Hier, Spiel! Hier! Ne, hier, Spiel! Hast du? Dein Gesicht, ey! Dein Gesicht, ey! Boah. Level 14. Fünf Arkte Fickte, ey! Fackte! Sorry, hab mich versprochen. Äh, äh! 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 Wie macht man das? Äh, äh! Ey, sag mal, äh! Ich... Ich frag gar nicht erst... Alter, ey, das... Ich hab doch gelitten, ey, ganz ehrlich. Warum sollte man sowas nicht kapieren? Mal ganz ehrlich. Warum? Äh, äh! Nur weil das rote Steine sind, äh! Habe ich noch mal eben gehabt, äh, äh! Äh, äh! Das war jetzt meine Brause geschüttelt, aber das ist mir... Alter! Da kannst du dir nur... ...sachen vor den Kopf hauen, einfach. Wenn ihr das das nächste Mal fragt, halte ich mir die an den Kopf, alter! Alter! Ja, ich werde ein bisschen überziehen, weil ich hier nur einen Blödsinn mache. Seht ihr schon bei 26 Minuten, drei Minuten, ähm, haue ich das sowieso rauf, weil ich auf Klöchen muss. Und... Und... Alter! Alter, ey! Alter, was sind das für'n Scheiß, ey! Was zur Hölle? Ach so! Das sollte man... Das soll man mal wissen. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das Glück war oder... Ich hab keine Ahnung. Das, äh, weiß ich nicht. Entschuldigung. Ähm... So, die Figuren... Alter, das sehen aus wie vom... Nein, will ich nicht! Meine Fresse! Das sind... Die Dinger... Die Dinger da oben... Die sehen aus wie vom Pokémon, die Fossilien, weißt du, die... Man kriegt doch vom Pokémon so ne Fossilien, so sehen die aus, einfach. So ähnlich, jedenfalls. Da haben sie sich mal mal... Haben sie sich bei Game Freed wahrscheinlich mal abgeguckt. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Das hab ich vergessen. Aber komm ich auch mal weiter hin, oder wat? Geh doch. Soll ich hier alles nach Fossilien absuchen, oder wie? Oder wie sieht's hier aus? Das ist ja ein bisschen krank. Da war eins... Ach, das wird mit, äh, Dings gekennzeichnet. Zwölf von zwölf! Yeah, man! Ähm... Ja, kontinuieren. Nein, super, werd ich nicht drücken. Als wenn die sagen wollen würden... Hey, es ist super, dass du das teilst, ne? Alter, ich glaube, ich brauche jetzt Zigaretten, oder? Entschuldigung, Mama. So. Boah, Entschuldigung. Ihr könnt da der Musik lauschen einfach. Ich werde bis 35... Ich werde bis 36... Bis 36 werde ich machen. Weil ich hier dann noch ein bisschen schneiden muss. Ich muss ja noch ein bisschen schneiden. Dann werde ich das die Tage noch renderern. Wenn ich das nicht heute Abend schon mache. Man hat ja Zeit, ne? Zumindest heute habe ich Zeit. Zumindest so viel Zeit, dass ich an einem Tag... Zwei, äh, Intros machen kann. Ähm, ein Video hochladen kann, also das Infovideo. Dann, ähm, das Facebook-Intro, das Facebook-Spiele-Intro, meine ich jetzt. Dann, ähm, diese Ränder, die man ja sehen kann im Video. Und, boah. Ja, das Feuerzeug hatte Hämmeren gerade. Ja, das Feuerzeug hatte Hämmeren gerade. Was wir ja auch aufschneiden müssen. Gut. Machen wir's mal weiter. Alter. Alter, die Mucke, ne? Die Mucke ist ein Traum. Die Mucke ist echt ein Traum. Jetzt fehlt nur noch... Der nächste Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Bitte warten Sie. Der nächste Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Haben Sie einen Moment geduld. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. So hört sich das an, weißt du? Das hätte noch gefehlt. Alter. Ja, Leute, ich sollte nicht rauchen. Wenn ich schon leichtes Asthma habe, dann sollte man das nicht machen. Aber es ist meine Gesundheit. Und ich sag mal, wenn ich 30 bin, kann ich mir noch mal Rauchen aufhören. Von daher fehlen mir noch ein paar Jahre. Fünf Jahre fehlen ja noch. Und ja, ich weiß, mit Rauchen aufhören ist schwierig, wenn man... Rauchen ist schwierig. Umso länger man raucht, umso schwieriger wird's. Ist klar. Ist mir klar, aber... Meine Mutter hat auch schon seit Ewigkeiten... Hat auch Asthma, also... Hat sie mir wohl vererbt. Ha, 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 ha. Ach, jetzt macht er's, ne? Jetzt macht er das. Jetzt macht er das hier. Jetzt macht er das. Mhm. Hm. Dein Gesicht, ey. Ripple Raid. Genau. Sieben Artefakte. Nein, Willi... Das nervt! Das nervt echt. Naja, das Video wird, glaub ich, 40, 50 Minuten oder so gehen, aber... Glaub ich hab jetzt mal ne neue Leitung, da wird jetzt nicht so das Problem sein. Alter! Was ist denn das hier? Dein Gesicht, ey. Was ist denn das hier? Hier kann man echt wenig machen. Echt wenig. Ob ich hier schneiden muss, weil ich hier doch so ekelhafte Geräusche mache eigentlich. Ich mag so ein Geräusch gar nicht drin lassen, um das zu zeigen, wie er sich das anhört. Das ist echt ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Was ist das erst? Mhm. Ja, aber das hat's ja auch gebracht, ne? Ach so, jetzt. Ach, es vermehrt sich immer. Okay. Ja, ich kann die eigentlich verwenden. Ich mein... Ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt nicht so... Äh, hallo? Hallo! Kann ich nicht verwenden. Pfff! Bäh! Man hat hier noch mehr Leben. Pfff! Das wird aber die letzte Runde sein hier. Und dann sag ich mein Fazit zu dem Spiel. Was nervt, was gut ist, was... Boah. Spaßtechnisch. Sieh, selbst das habe ich mir noch nicht überlegt, was ich als Fazit nehmen soll. Was ich da überhaupt sagen soll. Pfff! Boah. 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 Alter. Ist ja ekelhaft. Pfff! 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 Bähm. Was? Ach so. Boah. Ja, es ist äh... Ja. Es ist äh... Ich weiß, manche würden ja sagen, du... Du stellst dich an wie der letzte Honk, aber... Alter, ich will das einfach nicht mehr spielen, ey. Es ist einfach nur... Hölle. Wie kann man denn die scheiß Krüge aktivieren? Diese behinderten Kack-Krüge. Wie soll das denn... Wie soll man das denn machen? Pfff! Hier, dein Gesicht, ey. Ach, sechs von... Ach so. So soll man das machen. Mhm. Das weiß ich ja wie. Mal jetzt so so verlieren. Haha. Mal so. Alter. Scheiße. Naja. Gut. Das soll's gewesen sein. Äh... Mein Fazit, äh... Dazu... Alter, diese Musik, ne? Ey, Alter. Die werd ich mal... So. Ja, mein Fazit zu dem Spiel... Ähm... Ja, Spaß macht's schon, aber... Das dauernde... Äh... Anfragen, Gesende und, äh... Ja, wen kaufen und so, kennt man ja sowieso. Ja... Kann man spielen. Definitiv, aber... Ist jetzt nicht so, dass man sagen... Dass man jetzt sagt... Boah, das muss ich ultimativ durchzocken. So ist das jetzt nicht, aber... Naja. Außerdem erinnert sich... Erinnert mich das an einem anderen Spiel. Ich weiß nicht, ob das da auch noch mit bei sein wird. Ich sag das Spiel jetzt nicht, weil ich jetzt nicht spoilern will, falls ich das irgendwann mal spiele. Pfff... Pfff... Und... Ja... Ja... Das war... Levercraft... Ist ja auch gar nicht von Levercraft abge... Abgeleitet, ne? Ähm... Wenn es euch gefallen hat... Däumchen, ne? Also ein Facebook-Däumchen nach oben. Und, ähm... Ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Kommentar wäre super. Und, ähm... Sonst würde ich sagen... Ciao! 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 Ciao!